Kennst du das Gefühl, in deiner Beziehung irgendwie ständig zu viel oder zu wenig zu sein? In diesem Beitrag erfährst du, warum das so ist und was du tun kannst, um dich in deiner Beziehung wohlzufühlen. Mir begegnen in meiner Arbeit immer wieder Hochsensible, die das Gefühl haben, irgendwie in der Beziehung zu viel oder zu wenig zu sein. Häufig wird in Social Media davon berichtet, dass das mit der Hochsensibilität zusammenhängt. Das stimmt aber so nicht. Sie haben immer das Gefühl, irgendwie nicht zu genügen. Aber liegt das an der Hochsensibilität? Nein. Ganz viele Hochsensible haben dieses Gefühl nicht. Es gibt viele Hochsensible, die das betrifft, genauso wie es auch durchschnittlich sensible Menschen gibt, die das betrifft. Aber auch hier ist es wieder so, dass viele Hochsensible in ihrer Kindheit so geprägt wurden, dass sie letztendlich den Eindruck hatten, sie sind falsch. So wie sie sind, sind sie nicht richtig. Und die Prägung unserer Kindheit spiegelt sich letztendlich in unseren Beziehungen im Erwachsenenleben wieder. Und wenn als Kinder nicht auf unsere Bedürfnisse geachtet wurde, was nicht heißt, jedem Bedürfnisse von Kindern nachgehen, aber es ist wichtig, diese Bedürfnisse ernst zu nehmen und entsprechend mit dem Kind zu kooperieren. Aber kommen wir zurück, stell dir vor, du bist als Kind total aufgeregt und freust dich auf etwas riesig, auf deinen Geburtstag vielleicht. Und bist ganz aufgeregt und es spudelt nur so rüber und deine Eltern sagen dir, hey, bleib mal ruhig, du bist viel zu laut, du bist viel zu unruhig. Dann bleibt bei dem Kind das Gefühl, es ist falsch, es verhält sich falsch und wenn es häufig genug vorkommt, hat es sogar das Gefühl, es ist falsch. Und wenn denn das Kind an seinem eigenen Geburtstag völlig überfordert ist von den ganzen Besuchern, von den Düften, die da vielleicht sind, von den Krach, der von den anderen Kindern gemacht wird und dann irgendwie in die Übererregung kommt und vielleicht auch anfängt zu weinen. Dann sagen die Eltern vielleicht, oh, du bist immer so empfindlich, reiß dich doch mal zusammen, immer machst du so ein Drama, dann bekommt das Kind wieder suggeriert, es ist falsch. Und wenn ein Kind häufig genug solche Erfahrungen macht, dann hat es später im Erwachsenenleben das Gefühl, immer zu viel zu sein oder nicht richtig zu sein oder nicht zu genügen, weil man halt keine Lust hat, jetzt irgendwie auf ein Pärchen treffen zu gehen, sondern lieber für sich eine Auszeit möchte. Das heißt, das Gefühl, was wir als Kinder hatten, leben wir in unseren Beziehungen im Erwachsenenalter weiter. Und das hat nicht mit der Hochsensibilität zu tun. Es betrifft nur häufiger Hochsensible, weil diese einfach aufgrund der Hochsensibilität als Kinder besondere Bedürfnisse haben und damit auch ein bisschen mehr Aufwand brauchen im Vergleich zu durchschnittlich Sensiblen. Und wenn die Eltern da nicht mitgehen können oder wollen und versuchen letztlich das Kind umzuerziehen, sozusagen einen Fisch das Klettern beizubringen, dann hat das verheerende Auswirkungen im Erwachsenenalter. Und was Hochsensible dann häufig im Erwachsenenalter von ihren Partnern hören, ist, du bist zu sensibel, sei nicht so empfindlich. Aber woran nicht das? In einer Partnerschaft, wo ein durchschnittlich Sensibler und ein Hochsensibler sich auf Augenhöhe begegnen und es nicht darum geht, dass die Meinung oder die Empfindung des einen oder des anderen richtig oder falsch ist, sondern indem jeder seinen Partner ernst nimmt in seinen Bedürfnissen und auf Augenhöhe begegnet, entsteht das Problem gar nicht. Das ist ein wunderbarer Nährboden für eine tiefe Beziehung, denn dann kann der durchschnittlich Sensible von den Stärken der Hochsensiblen Person profitieren und umgekehrt. Denn geht es nicht um ein Gegeneinander, um ein richtig oder falsch, sondern es geht um ein Miteinander, um ein wie machen wir das Beste draus, wie können wir uns gegenseitig bereichern und unterstützen. Leider ist das aber nicht unbedingt immer der Fall, dass wir so einen Partner finden. Und hier steckt der Teufel häufig im Detail, denn wir neigen dazu, uns jemanden zu suchen, der uns vertraut ist. Das heißt, unser Partner, unsere Partnerin hat letztendlich die gleichen Verhaltensmuster wie unsere Eltern. Das machen wir natürlich total unbewusst. Wir lernen jemanden kennen, der ähnlich gestrickt ist wie unsere Eltern, der uns auch ähnlich behandelt und sagt, naja, du bist aber ganz schön empfindlich, jetzt reiß dich mal zusammen. Der versucht uns letztendlich nach seinen Vorstellungen und nach seinen Bedürfnissen zu lenken. Auch das ist häufig total unbewusst und muss überhaupt nicht böse gemeint sein. Dein Gegenüber hat ja auch seine Prägungen und auch die spiegeln sich in der Partnerschaft wieder. Aber die Krux bleibt trotzdem die gleiche. Wir suchen uns einen Partner, der uns das gibt, was wir schon kennen. Einfach, weil es uns vertraut ist. Weil das für uns die Form von Bindung ist, die wir kennen. Das ist ja auch zum Beispiel das Paradoxe bei Menschen, die Eltern als Alkoholiker hatten oder auch Eltern, die gewaltbereit waren. Die geraten häufig immer wieder an Menschen, die gewaltbereit sind oder die Alkohol trinken. Einfach, weil ihnen das so vertraut ist. Weil das für die Menschen, die diese Erfahrung als Kind gemacht haben, die Faktoren sind, die bei ihnen sogar Bindung suggerieren. Und wenn meine Bedürfnisse, wenn das, was mir wichtig ist, nicht gesehen wurde als Kind, dann lernen wir auch nicht, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen. Dann lernen wir auch nicht, unsere Bedürfnisse durchzusetzen, weil es für uns gar keine Optionen gibt für unsere Bedürfnisse. Wir gehen davon aus, wir müssen uns so verhalten, wie es der andere möchte. Wir gehen davon aus, wir müssen uns nach den Bedürfnissen des anderen richten. Und so haben wir immer die Bedürfnisse des anderen im Fokus. So gucken wir nicht, was wir jetzt brauchen, sondern wir haben den Fokus da drauf, was braucht mein Partner jetzt? Was ist jetzt das, was meine Partnerin von mir erwartet? Und damit übergehen wir uns selbst total. Und das ist unheimlich anstrengend. Es ist grundsätzlich erstmal wichtig, dass du wieder lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und bei Hochsensiblen in der Regel die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und dass du dir vergegenwärtigst, dass deine Bedürfnisse die gleiche Berechtigung haben, wie die Bedürfnisse deines Gegenübers. Dass deine Wahrnehmung die gleiche Berechtigung hat, wie die Wahrnehmung deines Gegenübers. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht einfach um anders. Und im Paar-Coaching bin ich häufig erstmal so ein kleines Übersetzerfischchen, das sagt, hier, das ist die Wahrnehmung der einen Person, das ist die Wahrnehmung der anderen Person. Und es geht nicht darum zu gucken, hier, das ist falsch und du musst so sein, wie meine Wahrnehmung ist oder du musst das machen, was ich jetzt für richtig empfinde. Sondern es geht darum zu schauen, die eine Wahrnehmung, die andere Wahrnehmung und dann zu gucken, wie können wir da einen Kompromiss finden, der für beide passt. Damit das überhaupt möglich ist, ist es wichtig, dass du lernst, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Wahrnehmung anzuerkennen und zu vertrauen. Weil das ist die wichtige Voraussetzung für Schritt 2, die Abgrenzung. In einer Beziehung ist es wichtig, dass jeder seine Bedürfnisse, seine Wahrnehmung, seine Sicht der Dinge frei kommunizieren kann. Und sagen kann, wenn diese von denen der anderen abweicht, ohne gleich klein beizugeben, ohne sich gleich nach den anderen zu richten. Sondern es wird beides in die Waagschale geschmissen und geschaut, was man daraus macht. Und häufig erlebe ich in meiner Arbeit, dass die Partner, die Partnerinnen total glücklich sind, wenn das passiert. Bei gerade durchschnittlich sensiblen Menschen fällt es nicht so leicht, zu spüren, was jemand anders braucht. Ein Gefühl dafür zu haben, was jemand anders denkt. Und die sind total dankbar, wenn sie diese Informationen bekommen. Weil wenn du das nicht machst, dann hat das zur Folge, dass du dich letztendlich immer nach den anderen richtest. Und immer nur das tust, was der andere möchte. Und dann bist du ein Stück weit unterwürfig und eigentlich für deinen Partner auch kein richtiges Gegenüber. Und leider ist es häufig so, dass wenn ein Mensch das Gefühl hat, das Gegenüber ist mir unterwürfig, dass sie dann eher dazu neigen, den anderen zu berichtigen. Dass sie eher dazu neigen, den anderen zu kritisieren. Dass sie eher dazu neigen, den anderen zu übergehen. Und das muss gar nicht bösartig sein. Das liegt auch ein bisschen in der Natur des Menschen, das zu tun. Und das ist nicht gut. Und gleichzeitig sind es aber auch einfach archaische Muster, die wir alle in uns tragen. Was gleichzeitig aber nicht heißt, dass man denen immer nachgeben muss. Denn der Mensch ist in der Lage, Möglichkeiten zu ergreifen, darauf Einfluss zu nehmen. Und auch der dritte Punkt ist sehr wichtig. Wenn du etwas haben möchtest, ist es wichtig, dass du sagst, was du brauchst. Wenn du verletzt bist, ist es wichtig, dass du sagst, was dich verletzt. Wenn du etwas nicht gut tut, ist es wichtig, dass du sagst, was dir nicht gut tut. Und dass du das anders haben möchtest. Und es geht nicht darum, zu bitten, sondern zu sagen, dieses tut mir nicht gut und ich brauche etwas anderes. Punkt. Er sitzt am Küchentisch und dein Partner, deine Partnerin hört vielleicht irgendeinen Radiosender. Und du merkst, du kannst gar keine Unterhaltung am Tisch führen. Und wenn du dann sagst, ich kann dir so schlecht zuhören, können wir ein bisschen ausmachen, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass dein Partner sagt, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Wenn du aber sagst, ich merke, das Radio ist mir viel zu laut. Ich möchte dir gerne zuhören, weil mir ist wichtig, was du sagst. Ich schalte das jetzt aus. Dann wird es keiner in Frage stellen, weil dein Mann möchte natürlich gerne, dass du ihm zuhörst. Und er liebt es, wenn du ihm sagst, wie wichtig es ist, dass du verstehst, was er sagt. Und ich erlebe immer wieder im Paarcoaching, wie dankbar die Partner, die Partnerin sind, wenn sie erfahren, was ihr Gegenüber möchte. Sie möchten ganz häufig wirklich dem Partner wirklich was Gutes tun. Sie ihn mit Respekt behandeln. Es nervt sie manchmal selber oder sie mögen sich auch selber nicht, weil sie merken, so wie sie sich verhalten, ist das nicht gerade ein Verhalten auf Augenhöhe. Und das ist nicht das, was sie sich gewünscht haben. Und gleichzeitig ist es häufig so im Paarsystem, dass alte Rollen, alte Prägungen da immer wieder auftauchen. Und wenn ihr das gemeinsam angeht, dann habt ihr gute Möglichkeiten, das zu durchbrechen. Und dass jeder von euch seine Rolle findet, die ihm gut tut in eurer Partnerschaft. Und grundsätzlich dafür ist aber wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse erkennst und anerkennst, dass du Grenzen setzt, dass du deine eigenen Grenzen wahrnimmst und für dich Grenzen setzt und auch nach außen hin Grenzen setzt. Und dass du sagst, was dir wichtig ist, was du brauchst. Liefer deinem Partner, deiner Partnerin eine Bedienungsanleitung für dich. Gerne auch mehrmals am Tag. Und du wirst überrascht sein, was das für positive Auswirkungen auf deine Beziehung hat. Und wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die da so gar nicht mit umgehen können, dann könnte es sich lohnen zu überlegen, ob das wirklich die Beziehung ist, die du möchtest. Wenn dein Gegenüber nicht bereit ist, in die Veränderung zu gehen, wenn dein Gegenüber nicht bereit ist, gemeinsam an der Partnerschaft zu arbeiten, dann ist die Frage, ob es wirklich ein guter Partner oder eine gute Partnerin ist. Würdest du das an deiner Stelle machen? Wahrscheinlich nicht. Du hast den gleichen Respekt verdient wie dein Gegenüber. Wenn du das Gefühl hast, dass du in Beziehung irgendwie nie richtig du selbst sein kannst, wenn du es immer versuchst, anderen recht zu machen, dann kann das auch dazu führen, dass du dich vom anderen distanzierst. Einfach, weil sich das nicht gut anfühlt. Und es kann sein, dass du nur von Menschen umgeben bist, die eigentlich die Prägung deiner alten Geschichte widerspiegeln. Und das führt dann dazu, dass du dich mehr und mehr aus Beziehung zurückziehst, weil du denkst, mich erkennt eh keiner an, weil es sehr belastend ist, immer nur anderen entsprechen zu müssen. Doch Beziehungen sollten nicht erschöpfen und schon gar nicht sollten sie ein Gefühl geben, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein. Stell dir vor, du könntest in deinen Beziehungen klare Grenzen setzen, deine Bedürfnisse erkennen, benennen und dich damit sogar richtig wohlfühlen. Vielleicht ahnst du schon, wie es sich anfühlt, wenn du so angenommen wirst, wie du bist und du rauskommst aus dieser Rechtfertigungsfalle, wo du ständig das Gefühl hast, dich irgendwie erklären zu müssen. In meinem Online-Kurs Live Up lernst du, deine Bedürfnisse wieder ernst zu nehmen, wahrzunehmen und in Beziehungen auf Augenhöhe zu gehen. Du bekommst Rüstzeug, damit du dich gut abgrenzen kannst. Und was dir dabei hilft, sind gerade die Stärken deiner Hochsensibilität, weil wenn du diese bewusst einsetzt, dann wirst du über dich hinauswachsen. Mein Kurs unterstützt dich, deine Hochsensibilität als Stärke für deine Beziehung zu nutzen, sodass du eine zufriedene und ausgefühlte Beziehung leben kannst. Klicke einfach auf den Link unten in der Beitragsbeschreibung und lerne, wie du deine Beziehung auf eine neue, stärkende Weise gestaltest.